Hallo und herzlich Willkommen zum nächsten Part von Sonic Adventure 2 Battle Euer Bayanki meldet sich wieder Wir sind im Final-Port vor dem Battle Wir kämpfen gegen Sonic um den... um den ähm... Ja, was ist denn eigentlich? Nichts? Aber ist er jetzt hier? Naja Hey Shadow, das war... Okay, der nächste Ding war... Oh, das ist Sonic's Schmischel-Attack, so weiß man nicht aus Und so, warum ist Sonic auf einmal hart? Ja hörte, das ist geil, das finde ich diesen Kampf besser Er sagt wirklich Chaos Control, Shadow sollte ich kommen wieder zurück Das war fies Ne, das war wirklich So Beim vierten und fünften Treffer lässt sich Sonic nicht so leicht ab Wir müssen uns schön weit vorne raus Und ich würde... Wieserselbe Kampf den ich mit dem Film gemacht habe mit Sonic So oder so Man kann ihn beidseitig eingreifen Also man kann ihn schon... Wenn der Rolle auch angreifen, aber... Diese Methode ist eigentlich gespüßt, oder? So Nein, 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 nein Das laufen lassen Aaaaaaah! Seht ihr? Es ist ein bisschen... Oh, ich bin ein bisschen... So, in etwa! Oh, das ist noch fertig! So geht's doch! Baby, so geht's doch! Ja, jetzt sind wir soweit fertig! Oh, finde ich traurig! Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Das schmeißt einfach den Emerald rein! So genau treffen kann er nicht! Na gut, vielleicht haben wir so saugnäßig... Saugnäßig! Das wird noch nicht so früh nach... War gut! Morning! Ja, diese Geschichte ist in dem Schengel! Ja... Ab da fängt die neue Geschichte an! Hehehe! Oh, ey, geil! Ja, jetzt kommen wieder dieselben Credits! Die lasse ich euch noch mal... Äh, genießen quasi! Ähm... Ich werde hier mit dir... Der hat dieses... Diesen Name... Der ist bestimmt so... Irgendwann, ne... So eine einfache Situation... Äh... Ein einfacher Arbeiter, der genannt worden ist! So, der kommt jetzt! Hehehe! Das ich lache jetzt schon! Das ist so kacke, ey! Jetzt danach kommt der! Der ist da... Ähm... Ich glaube Tiny Chow, beachte! Ne, wo ist denn der Name? Das ist der coolste Name, den ich finde! Ich bin den weggestrissen! Hehehe! Wer kacke, ey! Warte, das ist... Da wer ist denn das... Vielleicht kommt der ja jetzt... Aber... Fehl... Fehl ist der... Tommi... Utenami ist im Haus! Na ja, der ist immer der Sound Protector von... Äh... Äh... Sound Producer von... Äh... Sega immer gewesen! Oh, ist der Name! Ja, haha! Das ist wirklich... da sind wir und ob da zum Beispiel den Kempi wer nennt sich von der Warnhandel P wer nennt sich so Kaffeekocher die 100 Personen Kaffee der nächste Name hier Mami Nuri Sokushi wirklich das ist ein Kaffee wirklich ein Kaffeemann wirklich weißt du der arbeitet in der kleinen Küche für die Arbeiter und kocht den jeden Tag Kaffee und hat den Spitznamen Mami wahrscheinlich war das so ein Typ ist weißt du der hat so so typische Frauenakzente weißt du und kümmert sich um die Mannschaft so ich hab heute nicht noch was Süßes meine Kinder in den Kunde aber echt aber Sega wirklich eure Abspende sind wirklich scheiße da wird echt jeder bestimmt genannt wie gesagt der Kaffeekoffer Steckdosenverleger sogar der für die Internetleitung zuständig ist oder ey kann auch sein die Putze Toilettenman wie weiß ich noch was ey echt die haben wirklich irgendwo ne keine Ahnung für mich irgendwie zu viel zu wenig meine Meinung ist zu viel jeder das ist wirklich jeder genannt zu Kaffeekocher der Lieferant der Milchmann der Pizza Lieferant merkt dich der Pizza Lieferant ja du hast uns auf die Idee gebracht geil das ist das letzte Bild woran wir uns ändern Danger ja da war noch Sonic 10 Jahre alt jetzt ist ich 25 so schnell wie die Zeit vergeht ich habe ja auch jetzt geguckt guckt seht ihr 2001 2002 kam das war ja ja das ist das kreis 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 das war es was heißt das übersetzt die Wünsche werden erfüllt damit beenden wir den Part und fangen im neuen Part mit der neuen Geschichte an zwar heißt sie nämlich das werde ich euch noch zeigen Blast bis dann und tschau